Nach der Ankündigung des Kosovo, den serbischen Dinar im Norden des Landes nicht mehr als Währung zu akzeptieren, ist Brüssel in Sorge, dass dieser Schritt zu neuen Spannungen zwischen Belgrad und Pristina führen könnte. Banken und anderen Finanzinstituten im Nordkosovo ist es untersagt, andere Währungen als den Euro für lokale Transaktionen zu verwenden. Die EU ist nicht gegen die Abschaffung des Dinar im Kosovo. Brüssel argumentiert, dass es mehr Zeit brauche, damit sich die serbische Bevölkerung an die neuen Umstände anpassen kann. Mit der Pendeldiplomatie des EU-Sonderbeauftragten Miroslav Leitschak will man den kosovarischen Ministerpräsidenten Albin Kurti davon überzeugen, die Währungsumstellung zu verschieben. Der Euro gilt nun vorläufig als offizielle Währung des Kosovo. Untertitelung des Kosovo.